hallo und herzlich willkommen zu heutigen video auf deinem kanal kunstschule diener heute geht es um folgenden thema und zwar warum du als einsteiger also derjenige der gerade anfängt zu malen ölfarbe nehmen soll ja das gleich nach dem intro hi und herzlich willkommen zurück warum empfehlen wir für einsteiger ölfarbe zu nehmen nicht acryl nicht aquarell oder in anderen farben sondern mit öl falls du mit öl weitermalen möchtest das heißt wenn du sagst okay ich möchte mich weiterentwickeln also wenn ich dann also mein medium was ich nehme ist leinwand und öl ja dann sollst du auch von vornherein mit öl anfangen ja keine angst davor haben wir viele unseren schüler die zu uns kommen haben sie ja mal nur die profis mit und so weiter und so fort öl ist eigentlich für den einsteiger also diejenigen gerade gerade anfängt zu malen die beste farbe die man nehmen kann aus einem einfachen grund weil öl wird punkt 1 nicht so schnell trocken ja und das heißt du hast jede menge möglichkeiten dein bild zu korrigieren und ein bild zu bewegen ja und das ist eigentlich der allerwichtigste punkt weil wieso man öl nimmt ist halt weil die nicht so schnell trocknet ja und mit öl kriegst du bessere übergänge und das für den einstieg sehr wichtig damit du nicht frustriert dann sagst du das kann sowieso nicht mal weil jeder kann mal ja und die farbe und pinsel in die ecke schmeißen sagt ach das funktioniert sowieso nicht deswegen öl am anfang ja das riecht zwar ein bisschen ist auch etwas teurer als acryl ist aber wirklich für den einstieg sehr 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 super geeignet weil wie gesagt das trocknet sehr lange und damit hast du jede menge möglichkeiten das bild zu bewegen oder deine fehler zu korrigieren und die leuchtenden farben bleiben nach acryl wenn man acryl malt und es trocknet verliert das an den leuchtfarben also an den farben weil acryl selber dann durchsichtig wird und dadurch verliert das sich ja und aber bei öl ist es so nicht ja und die übergänge ineinander malen funktioniert sehr gut und dadurch entsteht auch wenn du mit öl malst und alle farben in deinem bild sich zusammen vermischen sozusagen dann entsteht eine harmonie im bild und dadurch wirkt das bild auch vollkommen vollkommen anders als zum beispiel mit acryl oder mit anderen farben aquarell ist auch nicht so toll für den einstieg also wenn du aquarell malen willst dann ist es super ein aquarell ist eher das ist viel in den aquarell ist sehr ja man muss die frustrationsgrenze wirklich nach oben schrauben weil aquarell macht das was aquarell möchte ja und das ist auch von aquarell auch verlangt oder auch gewünscht dass es verläuft und so weiter weil für den einstieg denken wir also in unserer meinung nach ist etwas schwierig weil man muss wirklich damit wissen wie wasser verläuft ja weil damit man diese aquarellige wirklich mit aquarell so nutzt wie aquarell genutzt werden sollte ja wie gesagt öl am allerbesten unserer meinung nach jeder der zu uns kommen sagt ja ich habe aber mit acryl weil ich dann ja für den einstieg acryl nehme aber ich möchte trotzdem wenn man auf öl umsteigen dann sagen wir sofort auf öl damit halt wirklich erstens weißt du wie viel farbe du am anfang nehmen sollst ja also du lernst wieder mit mit öl umzugehen wie das sich hinlegt und so weiter und so fort und zweitens weil es so lange trocknet hast du jede menge möglichkeiten jede menge zeit ein bild zu korrigieren und dann fehler einfach zu korrigieren ja und es sehr 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 wichtig und wie gesagt verläufe funktionieren super wunderbar mit öl so wie die ganze harmonie im bild ja weil die ganzen farben die auf deine palette oder auf deine leinwand sich mischen weil du in den hintergrund nimmst und davor dann vordergriffe farbe die im vordergrund ist ja die dann zusammen malst dann entsteht eine harmonie im bild wie man mit öl malt ja und wie man überhaupt ein bild aufbaut und so weiter und so fort womit man anfangen soll das kannst du bei uns hier erfahren wir machen jede menge videos dazu falls du es mich haben möchtest oder wissen möchtest dann abonniere unser kanal natürlich die glocke aktivieren daumen hoch falls dir das video gefallen hat das war etwas kürzeres video aber wie gesagt wir ermutigen mit öl anzufangen von vornherein ja was du alles dafür braucht wenn wir auch ein video dazu machen wie gesagt dafür abonnieren und die glocke aktivieren vielen dank für deine zeit und bis nächstes mal